Also, grüß Gott miteinander. Ich will mich mal an das deutsche Volk wenden. Und zwar, ihr seid 70 Jahre besetzt. Ihr habt keine eigene, vom Volk gewählte Verfassung. Ihr seid ohne Friedensvertrag noch immer im Zustand des Krieges. Und weil nach der Lagerlandeskriegsordnung Kriegslisten erlaubt sind, hat man die Kriegslist der BRD, des Besatzungsrechtlichen Mittels der Alliierten, so gemacht, dass die Leute denken, das sei jetzt ein Staat und seit diesem 2 plus 4, sei eigentlich jetzt alles in Ordnung. Und dem ist nicht so. Das ist eine Firma, darum habt ihr auch einen Personalausweis, die BRD Finanzagentur GmbH. Und ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ihr geht da gegen die Pegida demonstrieren. Und im Grunde genommen seid ihr ein Volk aus Deutschen, die als Feinde gehandhabt werden. Und der Obama war ja in Dresden, wenn es mir recht war, 2009, und hat gesagt, Deutschland ist ein besetztes Land und wird es auch noch lange bleiben. Und die Stadt hat dann noch ein Fest gemacht, so mit Amerika-Cowboy-Riding. Und die Leute haben sich da noch ergötzt in einer absolut idiotischen Art und Weise. Es ist nur noch Brot und Spiele. Und ich weiß nicht, was aus diesem Volk der Denker und Dichter geworden ist. Es wird einem ein Schund in der Presse vorgesetzt, auch bei uns in der Schweiz. Und warum reg ich mich als Schweizer so auf und wende mich an das deutsche Volk, weil ihr als Einzige es noch in der Hand habt, dieses europäische Konzerndiktaturgefüge, das eigentlich eine private Firma, ein Firmenkonglomerat ist, zu Fall zu bringen. Man hat euch nicht gefragt, ob ihr diesen Euro wollt. Man hat euch nicht gefragt, ob ihr in diese Europäische Union hinein wollt. Man hat euch überhaupt nie irgendetwas gefragt. Ihr seid verkohlt worden, verschrödert worden. Ob nichts habt ihr gemerkelt und werdet jeden Abend durch die Jauchegrube vor der Flimmerkiste gezogen. Es ist ein erbärmliches Bild, das sich einem bietet. Und das ist eurer nicht würdig. Und wenn ihr dafür die Pegida demonstriert, dann sage ich euch, das ist der falsche Feind. Der Feind ist so klein, aber sehr gut organisiert. Und ihr Schafe habt Angst, euch zu erheben. Ihr habt Angst, weil ihr einen kleinen, klitzekleinen Vorteil euch noch erhofft. Weil er erst dann handelt, wenn es die Mehrheit tut. Und dann sind wir ganz brave Herdenschafe. Und es ist mir klar, es ist eine Illusion, dass man mit so einer Rede ein ganzes Volk wecken kann. Das ist nicht möglich. Es sind nur fünf Prozent oder acht Prozent, die geweckt werden müssen. Und der Rest, der folgt dann wie die Schafe hinterher. Die sind auch genauso unzuverlässig. Die sind einmal so und dann sind sie so. So wie der Wind weht. Aber diejenigen, die Charakter haben, diejenigen, die Ehrgefühl haben und diejenigen, die eine Verantwortung haben und für die Familie dastehen, für die Völkerfamilie, für die eigene Familie, für das dastehen, wenn sie den Mut haben, wirklich den Mut haben, aufzustehen und ihre Meinung zu bekunden, dann ist ein Wandel möglich. Und ihr habt es als einzige, als Deutsche, als einzige in der Hand, die EU zu Fall zu bringen. Warum? Weil das Deutsche Reich nicht untergegangen ist oder Deutschland. Und weil die Schweiz sich ja immer mehr in dieses Konzerndiktat, auch dieses Freihandelsabkommen, ein absolutes verbrecherisches Abkommen, Freihandel, klingt ja noch so schön, als ob man frei wäre. Es wird ja nicht einmal den gewählten Volksvertretern erlaubt, anwesend zu sein, um überhaupt zu wissen, was da hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Und das lässt ihr euch gefallen. Das lässt ihr euch gefallen. Wollt ihr eigentlich einfach jetzt ganz elegant alt werden in dieser neuen Weltordnung, euch einfügen, dann irgendwann mal wegen irgendwelchen falschen Terroranschlägen, einen Chip bekommen, wegen der nationalen Sicherheit, weil es so einfach ist, dann muss man nur noch durch eine Lichtschranke gehen oder durch einen Scanner gehen und dann ist schon alles bezahlt. Ja, das ist ein ganz einfaches Leben. Ein total einfaches Leben. Ein versklavtes Leben wird euch blühen. Aber ihr habt es als Deutsche in der Hand, dieses ganze Gebilde zu Fall zu bringen. Und wollt ihr jetzt diese Kraft in euch nutzen? Habt ihr so viel Selbstvertrauen? Habt ihr Willen, diesen Weg zu gehen und alle Völker in Europa zu befreien? Es geht nicht darum, ein Deutschland regiert über alles. Das wollen wir nicht und das brauchen wir nicht und das wollte man nie. Das ist eine Lüge, wie so viel zusammengelogen wurde in der Geschichte Deutschlands. Mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem Zweiten Weltkrieg, da gibt es jetzt genug Informationsmaterial. Und jetzt wird der Dritte Weltkrieg vorbereitet, weil die Kriegserklärung an die deutsche Wirtschaft ist erfolgt. Als Obama gesagt hat, ich glaube es war 2013, dass das Exportwachstum Deutschlands ein Problem ist, da wusste ich schon jetzt, jetzt arbeiten sie an einer Auseinandersetzung. Und ich habe einen Film hochgeladen, wo ein Amerikaner ganz klar sagt, dass bestrebend seit 1871 der amerikanischen Außenpolitik war es immer ein Bündnis zwischen Russland und Deutschland zu verhindern. Weil wenn dieses Bündnis zusammenkommt, mit der Geistes- und Schaffenskraft der Deutschen und den ganzen Rohstoffen und der Arbeitskraft Russlands zusammen ein unbesiegbares Imperium entstehen würde. Und zwar ein Imperium, das nicht wie die EU sie ausbreiten will und die Völker in eine Konzerndiktatur führen würde, sondern das wäre dann ein Imperium für die Menschen, wo die Nationen noch Nationen sein dürfen und ihr eigenes Geschick selbst in die Hand nehmen dürfen und friedlich miteinander funktionieren können. Es wird auf ganz vielen Sektoren ganz viel unterdrückt. Energiesektor, Gesundheitssektor und da arbeiten wir hier auch in der Schweiz daran, Resultate zu bringen und wir haben sie schon und darüber berichten wir später. Aber es geht jetzt darum, dass ihr wach werdet, dass kein Krieg angezettelt wird. Weil der nächste Krieg hat das Ziel, Deutschland wieder platt zu machen. Es ist das erste Mal gewesen im Ersten Weltkrieg, wo man die deutsche Wirtschaftskraft platt machen wollte. Dann im Zweiten Weltkrieg war es die Wirtschaftspolitik des Dritten Reiches vorbei an den Börsen. Die Hochfinanz konnte nicht mitverdienen, weil Hitler hat Güter gegen Rohstoffe direkt mit den Staaten, zum Beispiel in Südamerika ausgetauscht, da konnten die nicht mehr mitverdienen. Und das hat der Churchill selber gesagt, dass es unverzeihlich war und das musste geahndet werden. Wollt ihr eigentlich alt werden und euch einmal in einem Arbeitslager, in einem Altersheim vorfinden und dann die neue Weltordnung sehen und euch dann sagen müssen, ich war ruhig, ich habe nichts gemacht, ich hatte es in der Hand, wie meine anderen Volksgenossen, dieses Wort. Die Ausländer, die übrigens in der BRD leben, sind übrigens staatenlose, wenn man das richtig anschaut. Und es geht auch nicht darum, jetzt gegen Ausländer vorzugehen, die vielleicht seit der dritten, vierten Generation hier sind, die dieses Land auch mit aufgebaut haben, die auch ein Teil dieser Kultur geworden sind, wenn sie sich einfügen. Denn es gibt eine Leitkultur und diese Leitkultur und jeder, der sich an diese Kultur anpasst und diese Kultur schöpferisch mitgestaltet, soll auch willkommen sein. Wir sollen nur das Beste nehmen von allen kulturellen Einflüssen und wir sollen auch nur das Beste geben, damit wir eine neue Wirtschaftsordnung, zum Beispiel nach Silvio Gesell, schöpfen können, ein Geld, das nicht dem Kapital dient, dem Großkapital. Bis auf den heutigen Tag bekämpfen sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerparteien in einem lausigen Parteizirkus, die eigentlich gar nichts zu sagen haben. Und das war die sozialistische Bewegung, die seinerzeit ihre Wurzeln bei Marx hatte, bei Karl Marx, Mordecai Levy hat er in Wirklichkeit geheißen. Und da ging es darum, die Quelle der Ausbeutung vor dem Bewusstsein der Völker zu verschleiern, nämlich das Bankenwesen. Und man hat die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer gegeneinander aufgehetzt. Und das ist so, als ob der Kopf und die Gliedmaßen in einem Krieg, in einem Körper miteinander sind. Und so ein Volk, so eine Wirtschaft kann ja nicht funktionieren. Und so ist es immer, das Bestreben zu teilen. Wollt ihr auf die Straße gehen, frage ich euch, und endlich einmal diese Besatzungszeit beenden? Wollt ihr das? Dann macht es. Wollt ihr Deutschland aus dieser EU als Deutschland herauslösen? Dann könnt ihr das. Und am 15. April ist ein Stichtag. Mehr darüber im Video.